moin moin freunde freunde ich begrüße euch zu diesem neuen daily blog in der location könnt ihr sehen dass ich auf arbeit bin und gerade bis die spätschicht losgeht und ja wird wie so oft wahrscheinlich nur ein sehr kurzer vlog ich hoffe er gefällt euch trotzdem und ich nehme euch so gut es geht mit let's go und wie befürchtet war es wirklich ein sehr kurzer vlog ich melde mich aus dem schnitt weil ich nach der spätschicht wieder vergessen habe eine verabschiedung für euch aufzunehmen und ja ist auch für mich manchmal ein bisschen frustrierend wenn die vlogs nicht so geil werden aber wenn ich halt nicht viel mache außer arbeiten und auf der arbeit nicht vloggen kann dann muss ich halt irgendwie damit leben und wie gesagt die vlogs spiegeln auch ein bisschen meinen alltag wieder und arbeit auf der ich halt leider nicht vloggen darf nimmt halt einen sehr großen teil meines alltags ein und ja natürlich hoffe ich dass es euch trotzdem einigermaßen gefällt dass ich für jeden tag einen vlog produziere ich persönlich habe auf jeden fall spaß dran auch wenn ich mit dem schneiden manchmal nicht so ganz hinterher kommen und ja wie immer würde ich mich trotzdem über einen daumen nach oben freuen und würde mich auch freuen wenn ihr meinen kanal abonnieren würde würde mich sehr freuen und unterstützen und in diesem sinne bedanke ich mich bei euch und sage tschau 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 bis zum nächsten vlog macht's gut